Hi, ich bin Jonas und das Set Assi von der Soko Leipzig. Meine Meinung zum Weihnachtsmarkt. Ich hasse es. Alles überteuert. Schmeckt nur Spülwein ist scheiße, Eierpunt ist scheiße. Alles, was du da kaufst, kostet 50% mehr als im Laden. Macht's nicht. Geht da nicht hin. Kauft's euch bei Amazon oder so. Viel viel besser. Alle betrunken und machen lustige Witze. Viel zu voll. Und? Ey, ist alles doof. Aber trotzdem frohe Weihnachten. Der Mann, der lügt wie gedrückt. Ich war mal nämlich zusammen auf dem Weihnachtsmarkt. Da hat er sich so angegeben. Mit Lühwein, mit Schuss, ne? Also, mein lieber Jonas.